Hallo und herzlich willkommen zu unseren Nachrichten hier bei SHK-TV. Vertriebswege im Wandel. Die gemeinsame Tagung von ZVSHK und DGH Ende November war mit über 200 Teilnehmern ausgebucht. Elmar Esser, Hauptgeschäftsführer des ZVSHK und Dr. Uwe Schwarting, Geschäftsführer des DGH Technik, zeigen sich in einem gemeinsamen Statement auch zufrieden mit dem Verlauf. Zitat aus der gemeinsamen Erklärung. Unsere gemeinsame Tagung war aus Sicht der Veranstalter ein voller Erfolg. Ein erster wichtiger Schritt, den Herausforderungen der Zukunft gemeinsam zu begegnen. Noch in Berlin gab es erst die Ideen, diese neue Veranstaltungsform auf regionaler Ebene zu kopieren. Auch ZVSHK und DGH werden mit einem zeitlichen Abstand von zwei bis drei Jahren eine Wiederholung des Forums Vertriebswege anstreben. Das gesamte Statement können Sie in der Januar-Ausgabe der RAS nachlesen. Der Armaturenhersteller Hansa hat zwei weitere Showrooms eröffnet. Die neuen Aquapunkte in Köln sowie in Zellig bei Brüssel sind Ausstellung, Besucherzentrum und Schulungsort in einem. Damit will das Unternehmen Vertriebspartnern, Handwerkern sowie Endkunden Einblicke in die Markenwelt und das Produktportfolio geben. Mit den neuen Aquapunkten verfügt Hansa nun insgesamt über vier Showrooms dieser Art. Die anderen beiden Ausstellungen befinden sich in Atlanta und Stuttgart. Das Heizungsbauerhandwerk beklagt das Scheitern der steuerlichen Förderung von energetischer Gebäudesanierung. Die im Rahmen der Energiewende von der Bundesregierung geplante steuerliche Förderung von Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung war im Vermittlungsausschuss zwischen Bund und Ländern endgültig gescheitert. Eine gute Idee sei politischen Ränkespielen zum Opfer gefallen, bewertet Elmar Esser, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Sanitär, Heiz und Klima, die Entscheidung. Dieses Versagen nur durch ein Aufstocken der KfW-Programme mit Bundesmitteln auszugleichen, reiche nicht aus. Die Willeroy & Boch AG bietet ihren Kunden jetzt noch mehr Service. Unter der eingeblendeten Internetadresse finden Sie die Broschüren zu den Neuheiten aus dem Bereich Bad & Wellness sowie die entsprechenden Ansprechpartner. Auch die beiden Hauptkataloge Welt der Bäder und Wellness 2012 stehen dort zum Download bereit. Der grohe Nachwuchs gehört zu den Besten in Deutschland. Salvatore Waglica wurde von der Deutschen Industrie- und Handelskammer für seine herausragenden Leistungen in der Abschlussprüfung ausgezeichnet. Der im Werk Heemer beschäftigte Metallschleifer hatte sich im nationalen Vergleich mit der höchsten Punktzahl gegen die anderen IHK-Absolventen dieses Berufszweigs durchgesetzt. Über 200 Azubis wurden an diesem Abend geehrt und sind damit die besten Absolventen der insgesamt 350.000 Prüfungsteilnehmer 2012. Auch von uns an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch! Liebe Zuschauer, das war unsere letzte Sendung im Jahr 2012. Im Namen des gesamten SHK-TV-Teams sagen wir Danke für Ihre Treue. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2013. Wir starten im neuen Jahr wieder mit der Magazinsendung am 2. Januar. Das Neueste aus der Branche erfahren Sie wie gewohnt am Donnerstag, dem 3. Januar, in unserer Nachrichtensendung. Auch im kommenden Jahr werden wir wieder für Sie über viele spannende und interessante Themen berichten. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Bis dahin, alles Gute! Bis dahin, alles Gute! Untertitelung des ZDF, 2020